Ich lerne Deutsch. Nummer 10739 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Sollen wir das Foto austauschen? Ich finde es nicht optimal. Ich habe immer noch Nackenprobleme. Die rechte Seite tut weh. Ich habe immer noch Nackenprobleme. Die rechte Seite tut weh. Ich trinke den Cappuccino gerne etwas süßer. Deshalb nehme ich noch etwas Zucker dazu. Ich trinke den Cappuccino gerne etwas süßer. Deshalb nehme ich noch etwas Zucker dazu. Irgendetwas stimmt nicht mit der Konstruktion. Ich hoffe, sie kippt nicht um. Irgendetwas stimmt nicht mit der Konstruktion. Ich hoffe, sie kippt nicht um. Schlafzimmerkissen in verschiedenen Formen und Größen geben dem Bett eine persönliche Note. Schlafzimmerkissen in verschiedenen Formen und Größen geben dem Bett eine persönliche Note. Schlafzimmerkissen in verschiedenen Formen geben dem Bett eine persönliche Note. Mir geht es nicht gut. Ich habe Bauchschmerzen. Mir geht es nicht gut. Ich habe Bauchschmerzen. Lehrerinnen und Lehrer sind eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft und spielen eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung der nächsten Generation. Lehrerinnen und Lehrer sind eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft und spielen eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung der nächsten Generation. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.